Scheine für Vereine Heute sind wir beim TSV Bernstadt, übrigens nicht sehr weit von den Voting-Gewinnern von Scheine für Vereine, und zwar von Altheim. Das heißt, wir sind mitten auf der Alb und hier sind die Kapitäne von der ersten oder zweiten Mannschaft? Ersten Mannschaft. Ersten Mannschaft und Kapitän von der? Oh, erste. Es gibt bei dieser Mannschaft zwei Kapitäne, das ist wie eine Nationalmannschaft. Und der Mann in der Mitte, zu dem ich mich jetzt mal stelle, bleib ruhig hier nicht so weit weg. Das ist der Mann, der ihm alles zu verdanken hat. Wir stehen hier unter dem, für das ihr das Geld haben wolltet. Ihr wollt nämlich, ihr habt euch quasi wie eine kleine Tribüne gebaut hier, ja? Ja, das ist richtig. Im Gegensatz zu früher, früher hatten wir Zelte, und jetzt haben wir aufgerüstet auf eine kleine Überdachung. Wie findet ihr es jetzt hier neu, wie es jetzt ist? Überragend. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, es sieht viel besser aus. Die Zelte, die standen schon relativ lange und durch die Witterung auch, ja, sahen sie nicht mehr zeitgemäß aus. Und ja, das macht einiges mehr her. Vor allem sind wir stolz darauf, dass wir das meiste in Eigenleistung gemacht haben. Dann machen wir es relativ kurz. Regie, bitte geben Sie mir den Scheck, den ominösen Scheck. Wie von Zauberhand kommt er? Ich gebe ihn einmal in diese Hand. Käpt'n, schön festhalten. Haben wir richtig rum? Ja, sieht gut aus. Und dann gebe ich ihn an den zweiten Käpt'n. Es heißt also 500 Euro Scheine für Vereine für den TSV Bernstadt. Herzlichen Glückwunsch. Scheine für Vereine. So laut 3FM.